Wir hatten natürlich kein Warm-up auf einer Rolle, man hat keine Visualisationen gemacht von der Strecke. Es ist ganz etwas anderes. Man ist auch nicht in den Velo-Kleidern. Es geht auch nicht um einen Sieg. Es ist ein Sportforum, sportinteressierte Leute aus verschiedenen Bereichen und das ist wichtig. Ich muss mich konzentrieren, dass ich das Richtige herausbringe. Es geht nicht um einen Schweisstropfen, sondern um eine Wortsprache. Es ist ein anderes Umfeld. Ich bin schon gestanden und habe schon vielfach etwas sagen können, aber hier ist eine andere Konzentration.